Okay, die sind hier drüben mit vier Quetzeln noch. Wo sind die hier drüben? Von dieser Brücke hier links. Hinter uns, da wo sie gestern auch Base bauen wollten oder wo sie ihre ganzen Viecher geparkt haben. Da sind die mit Quetzeln. Eingemann Snipe hat von der rechten Seite aus. Rechten? Ja, also wenn ich zum Wasser fliege. Hier sind die mit vier? Rechts von uns der Berg. Da oben. Rechts. Da waren sie mit vier Quetzels und einer Base, die sie aufgebaut haben. Ja genau da oben, genau gegenüber. Links. Oh, die haben noch vieles, okay. Dann pass auf, dann versuchen wir erstmal ein Quetzel zu holen. Hier ist ein Quetzel alleine. Dann müssen wir da aufpassen. Die werden da respawnpunkte und alles machen. Die haben auch Dings Bazooka auf jeden Fall. Hol uns hier gesnipert. Ja ja, go go go. Auf den Quetzel, nicht auf den Sniper. Immer auf den Quetzel. Dauerfeuer, go go. Hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Jawoll. Hier ist einer im Arka. Ihr müsst ihn killen, ihr müsst ihn killen, ihr müsst ihn killen, ihr müsst ihn killen. 30 Minuten, 30 Minuten Zeit. Das ist da. Auf geht's. Knock den aus, knock den aus. Kann ihn nicht, hab keine Dingses. Der hat uns auch, der hat uns auch. Ich mach den frei, Mocker, warte, bleib stehen. Ich kann ihn nicht abmachen. Ich bin gegrabt. Man kann die Bowler nicht mehr abmachen. Oh mein Gott. Der hat mich, der hat mich, der hat mich. Ich muss stamina laden. Die Dauer grabben, äh, die Dauer Dings sind drin. Die was? Dauer, äh. Ne, ne, die Dings sind drin. Ich hab einen, ich hab einen, äh, bewusstlos. Der hat ne, das, nachdem der gebohlen hat, hat der ne kurze Resistance dagegen. Ja, ja, ich hab den, ich hab den. Ich bin wieder drauf. Oh fuck. Daher, daher ein, daher ein Temburger. Ich bin wieder drauf auf deiner Bowler. Wir müssen erstmal warten auf die anderen. Die müssen selber verteilen. Ich weiß nicht, wie wir den killen sollen. Weißt du, das ist ein Adler, der mega viel Schaden bekommt. Was? Ne, das ist ein Adler, ich hab den Petey, ich hab den Petey. Hallo, ich hab den noch gefissen. Ich warte. Du kannst, also das bist du, oder? Ja, Schätzelein. Ja, wir haben die. Los. Danke. Ich werde da einmal durchgehen. Ich weiß halt nicht, ich krieg den Adler nicht. Solange einer von uns da ist. Warte, versuch zu bohlen. Solange du einfach weg, du kannst einen Adler nicht bohlen. Ja, den Typen. Wo hast du mich rausgepackt? Easy. Jetzt könnt ihr den töten. Der ist auf K. Tötet den einfach. Wo? Okay, ich bin bei Mukha. Einfach einen nach dem anderen wegholen. Jungs, da ist ne Adler immer noch. Ja, ich versuch hier dran. Der muss respawn Mukha. Ist der Adler auf Aggressiv? Ja. Dann komm in die Base. Einfach in die Base, Leute. Macht das so einfach wie möglich. Wenn die Aggressiv sind, die Tiere zur Base. Die Turrets schießen zwei Sekunden drauf. Ein Turret muss nur eingestellt werden. Da drauf. Der quetz da. Sind es beide deren quetz? Ne, meiner ist umso okay. Mukha, ich respawn beim... Der wird gepackt. Oh ja, der wird gepackt. Boah, Alter. Diese Zahlen da, Mann. Mukha, ich spawn beim blauen Turm. Beim roten Turm. Da kannst du mich abfauen. Welches Level hat der der? 200, schiebt mich dort. Äh, 242. Au. Ich spau mal im roten Turm. Ich füll mal eh neues Fleisch. Dann... Haben wir irgendwo noch? M-m-m. Forscher, sag mal, was die da alles am Berg haben. Oh mein Gott. Ich weiß, wo ihre... Ihre... Ja, genau das hab ich dir grad gesagt. Was ist da alles? Erklär mal, weil ich will da jetzt... Da ist ne Turret. Da sind drei Quetzel. Und da ist ne Auto Turret oben. Und... Okay. Die Turret sind da voll. Da ist ne Auto... Ja, die sind voll. Vier Quetzel sind da. Die sind mehr oder weniger afk. Also theoretischerweise... Versuch da gleich hinzukommen und die Turret zu machen. Kannst du nicht, weil da Turrets stehen. Wir haben die Turrets dumm aufgebaut. Die haben die nicht an die Ecken platziert. Das heißt, wenn ihr an der Seite steht, passiert nix. Ja, ja. Das hatten wir ja gerade eben auch. Ich stund mich einfach neben der Base-Storm. Naja, die wissen nicht. Die wissen nicht, wie man das auch... Ähm, Flame, sag mal, dass einer den rausbringen soll. Ja, da sind immer noch zwei drauf. Anti? Ja, das ist der irgendwie anders. Irgendwie anders ist halt... Ich soll nicht... Ich soll nicht... Ich soll jetzt auf den anderen... Auf den anderen Quetz. Auf den. Und... Nein, der soll nur... Der soll nur das Objekt holen. Dann mach ich das. Ja, der eine hat auch einen Hit. Leute, ein Pity ist wieder von den Afka. Einer hat nicht aufgepasst. Das Objekt... Das Objekt ist bereits draußen. Das kannst du... Ein Pity beim ersten Landeplatz. Nicht beim Lava-Fluss, sondern beim anderen. Ist einfach in der Luft. Okay. Ja, ist... Ist bereits draußen. Steht neben dem... Neben dem Himmel-Wechshaus. Okay. Links ist... Pass auf, die Roll-Pity. Naja, die werden jetzt... Die haben das gesehen. Jetzt geht's los. Hast die reingeschmissen? Ja. Aber der tankt nicht, oder? Nee. Ich könnte versuchen reinzuziehen. So dass ich... Wir sind bei dem Kampfquetz hier. Pass auf. Ich versuch den Quetz. Ich kann nix machen. Ich hol den wieder. Ja. Hier hoch und bring den weg. Ist der Pity von uns irgendwie hier verfolgt? Ähm... Bring mal hinter euch. Aber ob da ein zweites ist, weiß ich nicht. Dann bring mal den wieder einer rein. Hab einen vom Ding jetzt runter. Mach mal Reschitz. Die haben irgendwie aufgegeben. Die gucken mir nur noch zu, wie ich solche Gegenfliege. Ich laufe... Ich laufe... Ich laufe... Ich laufe vom Strand entlang... Hast du den Anfang des Weltkriegs mitbekommen? Alle Kürzels hatten ihr Geschütze. Wir haben die alle runtergeballert. Jetzt haben die noch so Lede quitt. WTF? Wir haben die runtergefallen. Aber das geile ist, die wollten neben uns noch ne Bild... Ah, hier, guck mal. Hier haben die auch noch ne Bild. Das macht relativ viel Schaden. Lauf gerade... Also links entlang zu euch hoch. Da wo dann die Anlägestelle war. Die haben hier überall was gebaut. Auf der Insel. Da wo Dodo war. Notches. Nicht so viel abschießen mehr mit so nem Knüppel drauf. Sonst machen das so Schaden. Nein, 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 der Knüppel macht mehr Schaden. Ja? Ja. Da weil die mich fast mit den Dingern vorhin totgeschossen haben. Da wo Dodo war, ok. Warte, ich hab ihn. Nein, 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 warte, der soll zu mir kommen. Hab ich dich? Ja, das... bist du das, ja. Komm hier auf den Quetz. Du fliehst halt von mir weg. Warte, sieh. Komm hier auf den Berg einfach. Allerdings war einer an dem Metallhäuschen mit einer... mit einer Black-Rüstung. Ich weiß nicht genau, wo der hin ist. Bist du dir sicher? Ja, ist weg, ja. Dann hab ich ja versucht mit dem Rügel hier zu schlagen. Hehehe. Zurich hat er uns. Heute ist, wo ist da eine hin? Echt? Hinter dir. Ant sagt zurichs und raus. Wurdest du dich red? Warum? Ja, ja, ja. Er hat sich irgendwie selber umgebracht. Ist er wieder unten? Keine Ahnung. Liebst du noch, Kevin? Das wär egal. Soll ich dich runterfliegen zum Haus, dann kannst du da gucken. Nö, nö, ich kann mich auch umbringen. Du kannst das gerne übernehmen. Nö, ne, ich zeig dir was wir machen. Kitty kommt wieder. Der ist mit mir beschäftigt, ihr könnt mal. Ja, dann flieg mal weg, weil du bist da alleine jetzt. Aber unter dem Ding, unter dem Übergang, wo du mich gerade gedroppt hast, ist auch noch eine kleine Base. Kaffee, Kuchen. Achso, ja, die Base kenne ich ja. Zeigst du euch ja mal. Die brunnen ja überall hier auf, Mann. Wurdest, schlag ihn mal. Wie viel Leben hat er noch? Wir haben nur noch einen Turret, den Rest hab ich in die Luft gejagt. Ich hol mal die Schildklöte. Äh, die steht hier. Da ist die. Ja, ich hab die. Ich hab die. Jetzt hier, aber... Da wo Buka war gerade. Da in der Base, wo ihr gefangen genommen wurdet. Ähm, ich bring mir eben ne Schildklöte. Mach mir hier mal einer Tor auf. Hey, hier. Pass auf. Hast du ihn? Ja, pass auf, der ist neutral. Hast du den Bohlan? Hast du den Bohlan? Hast du den Bohlan? Hast du den Bohlan? Dann kennen wir den instant. Okay, Tor zu machen, Tor zu machen. Brauchst nicht schlagen, brauchst nicht schlagen. Ich mach mehr Damage. Ey, ich kann die gar nicht Bohlan. Die kannst du auch nicht Bohlan. Nee. Ich weiß halt nicht, was Held Fischler gerade macht. Ja, ich... Kann nicht wirklich, was du... Maze? Die geh mal runter, nehm ich mal mit. Komischerweise hat die so paar Stellen... Da mach die... Da mach ich nur 100 Schaden. Haben wir noch einen Gefangenen, oder nicht? Ja, und jetzt auch noch so. Hallo, ich bin wieder Musik. Ich will wie ein DJ spielen. Da, 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 da. Na, normale satte Bullshit. Ich dachte halt, die wollen ein PvP machen. Das ist doch kein PvP, was die machen. So farme ich halt Eisen. Und töte mal nebenbei paar Leute. Das ist doch kein PvP, was die machen. Die erzählen bestimmt morgen in der Schule so... Ey, Digga. Boah, gestern der übelst klasse Raid, ey. Shit. Wir haben zwar so unser Gear verloren und so. Haben aber zwei Pitys getötet. Boah, Digga. Hättest du sehen müssen. Fünf Stunden lang. Die beste PvP-Action in der Welt. Wir haben den Zug fertig gemacht. Wir haben denen alles genommen. Warte, ich bring mal hier. Aber die stehen hier alle auf K. Will einer von euch drei Quetzels mit C4 hochjagen? Haben wir so zehn C4? Ja, wenn wir die wir haben. Ich mach C4. Ja, können wir nicht machen. Oder können wir schon machen. Aber hier die ganzen Electronics, kann man die irgendwie abbrechen? Ja. Ja, warte. Mach mal eben zehn C4. Ich droppe dich da. Du gehst nackt hin. Ich hab dich in der Hand. Ich droppe dich. Die stehen da mit zwei Quetzels und Pity auf K vor den Gefängnissen. Ach Gott, wir brauchen Gunpowder. Fieber. Polymer. Electronics. Fieber. Okay. Ich crafte trotzdem. Warte mal. Warte mal. Electronics haben wir. Polymer haben wir auch. Ich crafte das schon besser schlecht. Sorry. Ich hab's schon rausgeschmissen. Sorry. Wie machst du nicht so lange Hände? Äh, so große Hände. Weil ich die so eingestellt habe. Hm. Er fliegt weg. Hab ich echt zu lange gestern gef... Oh, die kommen jetzt mit T-Rex und so'n Shit. Okay. Okay. Lauf einfach rein und zerstör alles. Hier. Dann kannst du 4 legen. Ist gut. Hast du gemacht? Ich bin dabei. Bei der Weg. Sonst lauf einfach ins Haus. Gucken ob dann, ob es ist. Kann ich nicht. Ich hab die Tür zu gemacht. Mach die Tür zu. Kaputt. Du hast genug zu viel drin. Um mich zu grappen. Leg überall einfach zu... Jo. Du hast den Dings getötet glaube ich. Hast den T-Rex getötet? Nein. Okay. Wurdest du gefangen? Nein. Ich muss warten bis Troma verschwunden sind. Dann kann ich wieder zu viel legen. Komm schon. Komm schon. Geht weg. Geht weg. Geht weg. Geht weg. Geht weg. Ich guck mir das noch an. So lange habe ich ihn eingefangen. Ich will da sehen, was da passiert. Der kann sich das auch nochmal angucken. Der läuft hier hinterher. Warte, warte. Ich nehm dir den ab. Die haben hier eigenes T4. Die haben gerade das T4 in die Luft. Du hast mich? Glaub ich? Ne, die haben mich. Schön. Geht runter. Oh Gott, wenn ich sterbe in die Luft schaden. Oh Gott, ich gestorben. Ich hab dich. Nein, ich hab dich. Oh Leute, ich hing am Baum fest. Fliege aber weiter, fliege aber weiter, fliege aber weiter. Wo bist du denn? Wo bist du denn? Hab ich dich? Nein, 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 nein. Fuck, er hat mich wieder. Leute, die haben hier die ganzen Tide aufkreis stehen und so ein Shit. Die fliegen mich übers Wasser. Irgendwo übers Wasser. Die fliegen mich zu ihrer Base, so wie es aussieht. Unicorns of Love. Okay. Kann ich noch die T4 irgendwo dran platzieren? Wo bist du? Bist du schnell unterwegs? Nix. Ja, mit dem Quetz. Halt. Wo bist du grad? Mitten in der Luft, mitten in Richtung irgendeiner Base, keine Ahnung, ich seh das nicht. Ich hab kein Fernlass dabei lassen. Okay. Ja, okay. Also bei denen stehen die Leute jetzt hier auf K und so. Ich mach mal ein bisschen Schaden. Ist halt so nervig, dass man keinen T4 platzieren kann, wenn man einen anderen... Du hast aber ein paar Leute, glaub ich, gekillt, oder? Ja, ja, die ganzen Gefangenen, die da drin waren, hab ich gekillt. Ja, ja. Da waren mega viele Gefangenen drin. Ja, ja. Den haben die in einen Gefangenen genommen. Ja. 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 Den Quetz mit dem Schwert. Ich frag mich halt immer noch, wo er mich hinfliegt. Pass auf, pass auf, pass auf. Nicht, dass der da sieht. Ich lenk den Quetz mal ab. Der sieht das noch nicht. Ja, der sieht das noch nicht. Wo fliegt der mich hin? Alter, what the fuck, man. Ich lenk den ab, ne? Da sind alle Dinos jetzt unbemannt. Der ist alle der Quetz. Ja. Und ich hab den Spieler sogar. Mit Gear. Okay, der flieht, der flieht, der flieht. Wer flieht? Okay, ne. Pass schon. Ja, da ist noch einer, da ist noch einer. Da ist noch einer. Ja, das ist der, das ist der mit dem Quetz. Na. Okay, der eine ist jetzt abgehauen. Ich lass den mal da. Soll der da gammeln. Der fliegt mich gerade zu seiner Base. Hast du den mit dem Quetz? Ne, ne. Der fliegt mit dem Quetz weg. Macht der? Ja, da ist noch einer. Der andere Quetz ist jetzt gerade auf der komplett anderen Seite. Da, wo wir mit dem Gear getamt haben. Da bin ich jetzt gerade mit dem anderen Quetz. Siehst du? Der fliegt. Ich glaub nicht, ohnmächtig. Der Quetz ist bei mir. Der Quetz ist bei mir. Der Quetz ist bei mir. Der Quetz mit der Ballista ist down. Wir haben eine Ballista weniger. Du kannst weiter damage machen. Du kannst weiter damage machen. Da, da ist. Da ist auch down. Okay, mach noch weiter down. Mach noch weiter down. Der eine Quetz checkt das gar nicht. Und ich hab noch den einen Mate wiedergefunden. Der läuft wieder mir entgegen. Ich hab den wieder. Der kommt wieder in die Lava. Der kommt wieder in die Lava. Der ist auch weg. One more time. Du 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 du. I am the Lava Lover. I am the Lava Lover. Du 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 du. Mmh lecker Lava. Mmh lecker 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 lecker. Ich bin weg. Ich bin los von denen. Oh, der ist gestaun diesmal. Was ist das? Oh mein Gott. Sind die schlecht. Nein, die krieg ich nicht. Mann, ein Quetz weniger in der Luft. Leute, die kommen mit mit vier T-Rexen. Mit dem Giga kommen die jetzt. Mit dem Giga. Okay, jetzt kommen wir mit dem Giga. Ja. Da müssen wir aufpassen. Dann heilen wir hoch. Level 258 Dommerhawks. Wir können den Giga auch einfach. Kann der da Bärenfallen bauen? Wir können hier überall Bärenfallen platzieren. Wir können den auch bohlen. Und wenn wir den gebohlert haben. Könnt ihr nicht mehr an den Giga dann. Dann schießen die Turrets hin kaputt. Wir werden mit dem. Wir werden gleich versuchen damit zu tanken. Bohlers können nicht äh äh äh. Giga sind nicht äh bohlerbar. Habe Spaß so wird. Wir müssen mal gucken. Wir haben noch Munition ja. Von der Seite. Von der aus die angreifen müssen. Äh können. Oder werden. Müssen wir die Munition verstärken. Wir müssen dann die. Oder also. Ja. Wir müssen ziemlich umplatzieren. Fünf T-Rexe sind nix. Das ist. Da lässt du mich einfach runter. Direkt neben dem Giga. Und wenn die mich nicht sehen. Kann ich das gelöte Zeug unter dem Giga platzieren. Zünden. Der Giga instant rate. Und tötet die Rechse. Hä? Ja. Fünf. Äh. C4 sollten aber schon reichen um die Giga zum Raid zu bringen. Und dann tötet die dann ihre eigenen Rechse. Das wäre. Ja mach das. Ich warte noch so lange. Ich guck mir das an. Wie lang braucht ihr bis hierhin? Äh sind gleich. Ja. Die liegen jetzt gerade über dem Wasserweg zum äh. Zurikaninsel. Kassel. Die haben so viel Gier verloren. Ich. Beide. Beide Quetzel sind bei mir. Rechts der Überweg. Doch. Siehst du den? Da. Da müssen die Giga sein. Links. Drei Quetzel. Da drüber. Da drüber. Da im Stein. Der so wie Obelix ist. Wie bei der Höhle. Ich seh. Ich lass dich. Tiefa fliegen. 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 Ich lenk hier beide Quetzels ab. Falt. 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 Sag wenn du das machst dann komm ich dahin. Ich platziere jetzt alles. Ok 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 ich guck mir das an. Let's go. Let's go. Let's go. Help one. Du musst alles platzieren erstmal. Das dauert. Die kommen. Die kommen. Das passt. Du kannst. Du hast Zeit. Ich sag dir wenn. Du hast Zeit. Jetzt musst du. Da ist ein Quetz. Du hast hier so viel wie ich kann. Du musst mich sehen. Die haben dich. Oh ja ne die haben dich schon nicht. Die haben mich eigentlich nicht gesehen. Die haben mich eigentlich nicht gesehen. Ok 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 ok. Also das ist geil. Der hat dich. Der hat dich oder. Der sucht dich. Der sucht dich. Der sucht dich. Mach mehr. Mach mehr. Mach mehr. Ah 2 der so groß. Ich sollte es nicht verwضeln. Ah ja. Jo Boi tue mal bitte. Yoering. Giga rage. Er beißt in den Quetz. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Er beißt. Und es beißt. Wow. Ich bin da böse Giga. Dang. Ich beiß euch alle kaputt. Wow. hết das die Giga? Die Viecher? Nein. Ne. Hätte nur ein bisschen Schaden gemacht. Ok, ich hab noch genug, sich für uns noch einmal zu tun. Fortress? Ja. Ich bin rechts von dir, kannst. Warte, ich kann noch einen grappen. Ich seh da noch einen, der grabt bei uns. Wow, 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 wow. Das war jetzt knapp. Da dachte ich jetzt echt. Ich kann mich jetzt momentan nicht retten. Warte, ich hab gerade einen Quetzel hinter der Backe. Hinterm Aussetzen. Hey, wieso krieg ich denn denn nicht gegrabt? Wisst ihr? Jetzt soll ich ihn. It's the raining man, hallelujah, it's the raining man. Du, 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 du. Wie fist du, Flee? No, don't drop the items. Und you gonna swim in lava. Versuch jetzt seine Meinung sch Savannah. Katja ein Ziel. Mach mir, mach mir aber noch dabei Ok Halbe Minute ist Server Update Wir spielen Also ein Stack Mod ist drauf Sonst nix Was hast du für einen Crossbow? Ich hab gar keinen Crossbow Ich hab einen Compound Bow Einen sehr 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 starken 261% Damage Also hättest du noch genug C4? Na fuck die haben mich erwischt Aber das bringt ja gar nichts Der Damage ist ja so low Der hat in den Quads rein gebissen Ohne dass er überhaupt nur ein bisschen geblutet hat Wie viel HP hat so ein Giga? Ungefähr 28.000 Die haben den ja runter genervt Kann man nicht sagen Der hatte vorher 30.000 Jetzt 30% weniger bekommen Ja 25.000 Wir hatten auf jeden Fall schon Gigas mit 26.000 Nach Helm also gestern Vorgestern Ist das alles ein Fred der uns angreift? Tomahawk Das ist Tomahawk Das ist Red Vita Und das ist Trinicons Wollen wir noch ne Schildkröter? Ja klar Ja Ich glaub noch ne Schildkröter Ja wir stehen in der Base Dacht ihr kommt jetzt gleich vor die Action an Und ihr macht schon alle so haufertig ey Die machen die schon vorher fertig bevor Okay Der Giga Da sind ja nur zwei Alpha Trapes die uns angreift Nein nur einer glaub ich Tomahawk nur Tomahawk und Red Vita Die sind jetzt beim Spino See Fast knapp Mach einer die Tür auf ich hab ein Geschenk Red Vita war da Muka Red Vita waren die ersten die hier waren Red Vita die hatten mich eingeschwitten Red Vita waren die ersten die hier waren Ich hab ein Geschenk kannst du machen Ich baue mir nen Ref schon fahr zurück Ich baue mir nen Ref schon fahr zurück Wo will die hin? Wieso geht das Tor auf? Wissen Wissen So jetzt kein Fall dass du ne Bern verlieren Aha Hast du die Oh das läuft hier durch die Bernfalle Ich kann nicht schießen solange ihr die anhaut Geht nicht Lass den schießen Lass Muka schießen Du musst noch viel mehr schauen als hier mit einem Schwertkinder Mach 20 tolle Spächer an Warte Mal gucken 25 Schaden Ich will mich mal hier ein bisschen craften geben Mal gucken Mal gucken Mal gucken Mal gucken Mal gucken Mal gucken